Heute hört ihr das Märchen von Hundert Hasen. Dieses Märchen stammt aus Litauen. Vor langer Zeit lebte einmal ein König, der hatte nur eine einzige Tochter. Die wollte er nur dem zur Frau geben, der drei schwere Arbeiten verrichten würde, wäre das auch der elendste Bettler. Viele Versorhens, keiner konnte es ausführen. Unweit wohnte ein armer Mann, der drei Söhne hatte. Der Älteste und Klügste sagte, ich werde gehen und die Prinzessin gewinnen. Auf dem Wege traf er einen alten Bettler, dem sagte er nicht einmal guten Morgen, und der Bettler fragte ihn, wo willst du hin, mein Sohn? Was kümmert's dich? brummelte der im Weitergehen. Der Alte sagte, dein Gang wird umsonst sein. Und ging davon. So geschah es auch. Der Älteste und Klügste kehrte unverrichteter Sache wieder heim. Da sagte der zweite kluge Sohn, er wollte nun gehen und das Königstochter gewinnen. Aber ihm ging es wie dem Ersten. Da sagte der Dritte, den sie den Dummen nannten. Nun werde auch ich gehen, vielleicht gelingt es mir. Dein Weg wird vergeblich sein, sagte der Vater, wo es nicht einmal den Klugen gelungen ist. Doch der jüngste Sohn kümmerte sich nicht darum und ging zum König. Auf dem Wege traf er den alten Bettler, das war der liebe Gott selbst, der durch die Welt ging, die Werke der Menschen zu prüfen, vor dem nahm er, wie es sich gehört, die Mütze ab und wünschte ihm einen guten Morgen. Der Alte bedankte sich und fragte ihn, wohin er gehe. Der jüngste Sohn erzählte ihm alles und verschweg nichts. Da gab ihm der Bettler ein Pfeifchen und sagte, »Heut wirst du hundert Hasen zu hüten bekommen, dann pfeife nur und sie werden dir gehorchen.« So geschah es auch. Als er zum König kam, war sein erstes Wort, »Wo ist deine Tochter? Ich will sie sehen, ob sie mir auch gefällt.« Als er sie erblickte, sagte er, »Sie gefällt mir. Ihretwegen will ich die drei Arbeiten verrichten.« Der König gab ihm für den Tag auf, hundert Hasen zu hüten. Als man sie aufs Feld hinaus trug und losließ, liefen sie nach allen Seiten auseinander. Es war auch kein Bein zu sehen. Der dumme Sohn ließ sie erst tun, was sie wollten, aber als alle fort waren, versuchte er, ob sie auch gehorchen würden. Er pfiff und die Hasen waren wie der Blitz da. Er zählte sie und vermisste keinen. »Dann lauft wieder und fresst. Wenn's nötig ist, werde ich pfeifen«, sagte er zu den Hasen. Ich weiß nicht, wer's gesehen hat und es dem König hinterbrachte. Der bekam Angst und sandte seine Frau, dass sie einen Hasen erbitte und erbettele. Sie verkleidete sich als ein altes Weib, kam zu dem Jungen geschlichen und fragte, ob er ihr nicht einen einzigen Hasen geben wollte, sie brauche ihn nötig. Er antwortete, »Weder verkaufen noch verschenken kann ich einen. Sie gehören mir nicht.« Die Königin aber bettelte und bettelte, »Einen könntest du mir doch geben.« Der Dumme hatte wohl gemerkt, wer sie war und sagte endlich, er werde ihr einen Hasen geben, wenn sie ihn kräftig küssen werde. Sie sträubte sich und sträubte sich, aber als sie sah, dass sie anders nicht zu einem Hasen käme, küßte sie ihn. Den Hasen stopfte sie in einen Kober und ging fröhlich davon, weil sie den Dummen betrogen glaubte. Der wartete, bis sie schon ganz nah am Hause war, zog eine Pfeife und Pfiff los. Da sprang der Hase, »Baut's gegen den Deckel! Hops aus dem Kober! Heidi zu seinem Herrn!« Die Königin blieb mit offenem Munde stehen. Der Hase war weg. Am Abend jagte der Dumme seine hundert Hasen heim und übergab sie dem König. Der bestellte ihn für morgen aufs Schloss. Auf dem Wege kam wieder der alte Bettler, gab ihm ein Trompetlein, um Pferde zusammen zu trompeten. Diesen Tag gab ihm der König auf, einhundert Pferde zu hüten und abends in den Stall zu bringen. Als man sie auf dem Felde losließ, liefen die Pferde nach allen Seiten auseinander. Niemand hätte vermocht, sie wieder zusammen zu treiben. Der Dumme aber versuchte seine Trompete und alle kamen gleich gelaufen. Nun wollte der König wieder seine Frau schicken, ein Pferd zu erbetteln. Die wollte aber nicht und sagte, sie fürchtete sich vor den Pferden. Er möge lieber selbst gehen. Da verkleidete sich der König, damit man ihn nicht erkenne, ritt zu dem Burschen aufs Feld und fragte ihn, ob er nicht ein Pferd verkaufen wolle. »Verkaufen kann ich keins,« antwortete der. »Aber vielleicht Bogen.« »Auch Bogen nicht.« »Vielleicht schenken.« »Vielleicht schenken, aber nur, wenn du deinem Esel den Schwanz aufhebst und ihm einen Kuss darunter gibst.« Der König verzog seine Lippen, aber es half nichts. Er musste den Esel unter dem Schwanz küssen, sonst hätte er kein Pferd bekommen. Als er es aber getan hatte, setzte er sich froh auf das Pferd, ritt heim und verschloss es im Stalle. »Heute habe ich ihn betrogen,« dachte er bei sich. »Ein Pferd wird ihm am Abend fehlen.« Der jüngste Sohn aber wusste nicht, dass der König schon längst zu Hause war und trompetete, als das Pferd schon ein Weilchen im Stall stand. Als es das Trompeten hörte und gegen die Tür sprang, da ging die Tür auf mit einem Ruck und der König, der auf das Gepolter ans Fenster lief, sah nur noch das Schweifende wehen. Am Abend jagte der Bursche alle Pferde heim und trieb sie in den Stall. Am dritten Tage befahl der König, einen Sack voll zu lügen, bis er sage, »Binde zu!« Der Bursche steckte den Mund in den Sack, log und schwindelte, was er konnte, immer blieb der Sack leer. Die Lügen hatten nicht einmal den Wert der Spreu. Da dachte er, den Sack mit der Wahrheit zu füllen und fing an zu erzählen, wie er Hasen gehütet habe, da wäre die Königin zum Kauf gekommen, er habe aber keinen gegeben, bevor sie ihn nicht selbst geküsst hätte. Dem König kam groß Lachen an und er freute sich über den Schaden seiner Frau. Der Bursche erzählte weiter, wie es ihm ergangen war, als er die Pferde gehütet habe. Da sei der König selbst nach einem Pferde gekommen, er habe ihm aber keins gegeben, bevor er nicht den Esel... »Hm, hm...« »Binde den Sack nur zu, er ist voll!« schrie da der König, bevor er ausgeredet hatte. So gewann der jüngste Sohn die Prinzessin, so leicht wie eine Mütze. Und damit endet auch dieses Märchen. »Hm.« Untertitelung des ZDF, 2020